Ich bin schockiert, dass ich den Preis für den besten Bösewicht gewonnen habe. Ich war mir sicher, Roseanne Bar hätte den schon in der Tasche. Erik Kilmonger aus Black Panther kann nicht böser sein als Roseanne Bar, 65, oder? Mit dieser Vermutung hat Michael B. Jordan, 31, der den Bösewicht in The Marvel It spielt, für großes Gelächter gesorgt. Bei der Verleihung der MTV Movie und TV Awards wurde seine Darstellung für den besten Bösewicht ausgezeichnet, zu seinem eigenen Erstaunen. Bar, deren erfolgreiche Sitcom, Roseanne, nach ihren rassistischen Tweets abgesetzt wurde, hätte ihn seiner Meinung nach mehr verdient. Untertitelung des ZDF für funk, 2017